Wissen wir, dass wenn ich Akupunktur anfange, dann muss ich erstmal die Idee von Shen in Bezug nehmen. Mitte vom Brustkörper. Das ist der Zeichen von diesem Punkt. Die Mitte vom Brustkörper. Das einfachste, weil wir sehr gute Nahrung haben können, weil wir sehr gute Pflanzen haben, weil wir ein sehr breites, weites Feld von Milz- und Magenmeridianpunkte haben, die sehr stark und sehr und sehr potent sind. Wir sehen den Feuerpunkt. Der Trick in Finding 5 ist definitiv in seiner klinischen Aktivität. So here's the first groove. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Das warilated Louisiana à ok sesi footnotaur, Dirk A diputat Adele, der